Er ist seit vier Jahren Vorsitzender des Gemeinderates St. Wolfgang. Nun zieht er eine erfolgreiche Bilanz. Denn sowohl im Gemeindevorstand als auch im Gemeinderat wurden in den letzten Jahren fast nur einstimmige Beschlüsse gefasst. Die Rede ist von dem St. Wolfganger Bürgermeister Franz Eisel. Eine stressige Zeit, der größte Stress, die Erstellung unseres Budgets ist bereits vorüber. Wir haben in der letzten Gemeinderatssitzung am 10. Dezember einstimmig das Budget für St. Wolfgang beschlossen für das Jahr 2020. Es ist, glaube ich, ein sehr gutes Budget. Wir haben Kernpunkte gesetzt. Wir haben uns vorgenommen, wie im letzten Jahr, keine neuen Schulden zu machen, sondern Schulden zu dilgen. Und das gelingt uns. Gelenkt uns auch im nächsten Jahr. Insgesamt 700.000 Euro können wir zurückzahlen und Null wird aufgenommen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Signal für die Bevölkerung. Und auf das sind wir sehr stolz. Ein Signal möchte man auch setzen mit verschiedenen großen Projekten, beziehungsweise größere Projekte für das Jahr 2020. Was sind so die Eckpfeiler, die Kernpunkte? Also die Kernpunkte ist sicher das leistbare Wohnen. Wir haben den Sommer schon darüber gesprochen. Jetzt ist es so, dass wirklich alle Gründe vergeben sind. Es ist auch so, dass die Aufschließung schon vergeben ist und im Frühjahr dann mit den Aufschließungsarbeiten begonnen wird. Das ist sicher der Kernpunkt. Ein weiterer großer Meilenstein ist gelungen mit dem Spatenstich in Rußbach mit den zwölf Wohnenheiten, wo die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Badieschel diese Wohnungen errichtet. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Also auch da ist ein wesentlicher Schritt gesetzt worden. Und wir haben uns vorgenommen, für das nächste Jahr sehr stark in die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu investieren. Das heißt, Wildbach- und Lawinenverbauungsgeschichten stehen an zum Investieren. Insgesamt 1,1 Millionen Euro werden da in den nächsten Jahren investiert. In Wildbach, Lawinenverbau und Wasserschutz, das ist ein Kernteimer bei uns. Und dann natürlich noch wie in jeder Gemeinde, der Straßenbau ist immer ein Teimer. Güteweg in Wierling unten beim Bergerbauern, wie es bei uns heißt, wird angegangen. Und auch Weinbach und Wendhag werden ebenfalls die Straßensanierungen beginnen. Und das alles steckt im neuen Budget drinnen. Touristische Hauptsaison ist natürlich nach wie vor der Sommer, auch wenn der Winter oder die Wintermonate dem Sommer fast schon in den Rang ablaufen. Wie schaut es touristisch gesehen aus? Touristisch sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben eingeschlagen, einen nachhaltigen Weg zu gehen, mit sehr vielen Nächtigungsgästen, die wir lukrieren wollen. Alle unsere Werbe- und Tourismusmarketingaktionen sollen einfach in diese Richtung gehen, dass wir Nächtigungsgäste in St. Wolfgang und rund um den Wolfgangsee lukrieren können. Da sind wir sehr stark in die Vor- und Nachsaison gegangen, dass wir einfach eine Saisonverlängerung erzielen im Ganzen. Und da sind wir, glaube ich, auch vom guten Weg. Und jetzt gerade zu guter Letzt haben wir ein Mobilitätskonzept mit allen drei Gemeinden und allen drei Tourismusverbänden am Wolfgangsee in die Wege geleitet, über LIDA finanziert über die Europäische Union. Und da erwarten wir uns natürlich auch am Wolfgangsee Akzente, was den Verkehr und die Mobilität betrifft. Wir sind das Thema Klimaschutz schon sehr früh angegangen, haben die Unterstützung für Photovoltaikanlagen, nachhaltige Energie. Schon in der Gemeinde seit über einem Jahrzehnt, die wir da unterstützen, unterstützen jetzt die Landwirtschaft, damit da eine klimafreundliche Landwirtschaft möglich ist. Und natürlich mit dem Thema Verkehr und Mobilität wollen wir in den nächsten Akzent setzen. Sie haben eingangs gesagt, das Budget wurde einstimmig beschlossen. Erst weiß man, wenn man ein Verfolger der Gemeinderatssitzungen in St. Wolfgang ist, dass sehr, sehr viele, nämlich fast die meisten Beschlüsse einstimmig beschlossen werden. Wie gibt es jetzt dieses Unikum, möchte ich schon fast sagen, dass diese Einstimmigkeit auch bei heiklen Themen erreicht wird? Ich glaube, das ist das gute Miteinander, was ich sicher seit vier Jahren intensiv pflege und hege. Es ist auch viel Arbeit. Man muss zuerst Vertrauen gewinnen bei den Mandataren, bei den Gemeinderäten. Und wenn das Vertrauen da ist, dann kann man auch solche Ergebnisse erzielen, dass viele Beschlüsse im Gemeindevorstand, aber auch im Gemeinderat einstimmig gefasst werden. Und auf das bin ich persönlich sehr stolz, weil das ist eine Trendumkehr, die man vor vier Jahren so nicht gekannt hat. Herr Bürgermeister, am besten Dank für das Gespräch und natürlich weiterhin für Ihre Tätigkeit. Alles Gute und natürlich auch für das kommende Jahr 2020. Ich wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute. Schöne Weihnachten, ein paar ruhige Tage. Meistens sind es ja nicht so ruhig, speziell in der Vorweihnachtszeit, aber dann zwischen den Feiertagen auf alle Fälle ein paar ruhige Stunden im Kreise der Familie. Und ich darf natürlich auch allen einen guten Rutsch und hoffentlich einen guten Start dieses neue Jahr wünschen. Und ich freue mich, wenn Sie wieder da sind, bei uns in St. Wolfgang. Dankeschön.